Mein Name ist Ullimeyer-Johansen, ich bin Chairwoman bei MetaDesign in Berlin. Wir sind eine Agentur, die Corporate Identity und Corporate Design Prozesse macht und uns seit vielen Jahren schon mit dem Thema Multisense auseinandersetzt und da auch viele Projekte schon initialisiert haben. Ja, eigentlich ist es ganz simpel, mit allen Sinnen. Auf alle Sinne eingehen und diese Sinne so bündeln, dass ein Erlebnis herauskommt. Also es geht ja immer um das Erlebnis, was wir, inzwischen designen wir alles, also es darf, wir wollen es nicht mehr dem Zufall überlassen, Unternehmen wollen es nicht dem Zufall überlassen, Produkte sollen nicht dem Zufall überlassen werden, wenn sie am Markt sind. Insofern versuchen wir herauszukristallisieren, was macht das Erlebnis aus, also wie konfiguriert es sich vom Produkt aus, von der Dienstleistung und wo können wir ausgehend von den Dingen, die wir eben drucken oder produzieren, wo können wir mehrere Dimensionen nutzen. Also wie klingt die Marke, wie schmeckt sie, wie riecht sie, wie fühlt sie sich an und in welchem Raum bewege ich mich. Bei Audi war es natürlich relativ naheliegend, dass man sich mit dem Produkt Auto sehr intensiv auch mit anderen Sinnen auseinandersetzen muss. Also wie Produktdesigner, es war klar, wie klingt der Motor, wie klingt der Blinker, wie riecht es und so. Das ist relativ naheliegend. Aber Audi hat eben vor 16 Jahren sehr deutlich erkannt, wenn wir zur Premium-Marke weltweit werden wollen, dann müssen wir den ersten Impuls richtig steuern. Und der erste Impuls ist nun mal das Visuelle. Also da ist das Produkt noch gar nicht da, ich sehe es noch gar nicht. Da geht es um das Unternehmen, da geht es um die Wertevorstellung, da geht es um die Menschen, die dieses Produkt herstellen. Und ich würde den Anfang immer dort setzen, dass es eben Menschen gibt, die von etwas träumen, die eine Vision haben, die eine Idee haben und diese Idee umsetzen wollen. Und das war damals, ein wesentlicher Treiber war Giuliani, der war internationaler Marketingleiter vor 16 Jahren. Und er hat es erkannt, er hat gemerkt, ich habe tolle Leute an Bord, die machen, die entwickeln das Produkt toll weiter, also die Produktformsprache entwickelt sich in einer neuen Dimension. Aber mein Profil am Markt, das ist immer noch bestimmt von dem Audi von vor, sagen wir mal, 20 Jahren. Audi war ja mal Teil bei Volkswagen, da gab es diese VAG-Geschichte, dann waren sie am Handelsplatz zusammengelegt. Und da muss man schon auch sagen, Piech hat damals sehr deutlich gesagt, diese beiden Produkte begrenzen sich, wenn sie gemeinsam an einem Handelsplatz sind. Also trennen wir diese Marken. Und das war dann der Startschuss, zu sagen, ja und was ist die Identität dieser Marke? Wofür steht sie? Was will sie transportieren? Also unabhängig von dem einzelnen Produkt, von der Kategorie, also von den PS-Stärken oder was auch immer. Und von dem, was ein Auto leisten soll für den Nutzer? Beginnt die Frage dann, wofür steht das Produkt? Was soll es ausstrahlen? Was ist das für ein Selbstverständnis? Letzten Endes, was sind es für Menschen, die diese Produkte herstellen? Und damals wurde eben der Grundstock gelegt. Mitgenommen haben wir dieses Vorsprung durch Technik. Das ist, glaube ich, genial. Das trägt die Marke ganz, ganz lange. Und Audi hat die richtige Entscheidung getroffen, nicht jeden Tag eine neue Idee, was das betrifft. Ich bleibe den Themen treu. Und dann haben wir aufgesetzt, zu sagen, was muss man tun, was muss Audi tun, um ein Bewusstsein der Öffentlichkeit, also ich sage mal, dem, der noch nicht Audi fährt. Es gab immer die, die Audi begeistert waren. Das waren aber Technik-Frakes. Das war das Garagenprodukt. Also ich muss Menschen ansprechen, die sich nicht mit dem Quattro und der Technik und Aluminium-Space-Frame auseinandersetzen, sondern ich muss die anders erreichen. Und dazu brauche ich, wie sieht die Broschüre aus? Wie sieht die Anzeige aus? Wie fühlt sich das an, wenn ich beim Händler bin? Wie kommuniziert der Konzern? Wovon bin ich Teil von? Wie sieht es aus, wenn ich zu Audi komme? Damals, vor 16 Jahren, haben unsere ersten Meetings tatsächlich in einer Baracke stattgefunden. Insofern hat Audi einen unglaublichen Entwicklungsprozess gemacht. Und meiner Meinung nach hat das ganz viel damit zu tun, dass sie ihre Werte beschrieben haben, dass sie diese Werte, wofür soll die Marke stehen, in alle Dimensionen übersetzt haben. Also das Thema heute ist es natürlich Expressivität und Qualität natürlich. Wie werden die Dinge übertragen? Wir haben dann versucht, das in eine Bildsprache zu übersetzen. Also insofern ganz nah von dem, was der Spitze auch sagte. Das genügt nicht nur, einen Begriff zu benennen. Sie müssen ihn, eigentlich müssen sie ihn sehen, hören, fühlen, schmecken, riechen. Das heißt, wir müssen für die Werte einen Raum schaffen, damit Menschen sie anders lernen können, als nur mit der, sagen wir mal, mit der rationalen Dimension. Und das hat Audi damals gemacht. Natürlich heute kann man das, ich sage mal, relativ geschlossen erzählen. Es war ein langer Weg. Es war, ja, nach Popper, wir irren uns empor, viele Tests, viel ausprobieren, viel verbessern, viel optimieren, sehr viel hinschauen. Entspricht das unserem Traum? Entspricht das der Idee? Noch nicht? Okay, nochmal, nochmal neu. Und das war damals der Anfang. Aber ein entscheidender Puls war eben, dieser Marke außer dem Produkt, dem Unternehmen einen Auftritt zu verleihen, der diesem Selbstverständnis des Unternehmens wie dem Produkt auch entspricht. Das war ein Startschuss damals. Wir haben seit 16 Jahren den gleichen Ansprechpartner. Das ist unser großes Glück. Das ist sehr selten, dass man in Unternehmen, dass der Marketingleiter oder Kommunikationschef oder wer auch immer das ist oder der Vertriebschef, bei dem wir angebunden sind, dass der A eine Fachkompetenz hat. Also Herr Ridgelberger hat ja mal richtig Satz gelernt, auch Bleisatz. Und die Marke, sich ganz tief in diese Marke hineinfühlen, sie verstehen, verstehen wollen, das passiert eben nicht in dem Moment. Das ist etwas, da braucht man auch Jahre, man braucht Zeit. Und ich glaube, das müssen die Unternehmen wieder realisieren. Wenn sie etwas Konstantes aufbauen wollen, brauchen sie Menschen, die diese Konstanz vorantreiben. Und dann ist es auch wiederum so, dass ein Winterkorn oder wer auch immer kommt, sich dem auch zuordnet. Ich würde nicht sagen unterordnen. Es braucht diese Menschen, um neue Impulse zu setzen. Aber es braucht genauso die Verankerung, die sagt, das ist unser Selbstverständnis und dieses trägt uns. Und das verändern wir jetzt nicht. Weil wenn sie die Basis verändern, dann sind Unternehmen nicht mehr wiedererkennbar. Das heißt, sie verspielen unglaublich viel Markenkapital. Wir haben in den letzten, also Audi hat es gemerkt, ja, in den Analysen, es gibt ja ganz viele Tests und Befragungen und Autosport befragt. Wir haben gemerkt, Audi, Feedback hat die treuesten Fahrer. Und sie hat auch genau die Zielgruppe erreicht. Also es passiert relativ häufig, dass wenn wir ein Unternehmen sind und wir haben Vorstandstermine, ein Vorstand ist immer dabei, der Audi fährt und der begeistert ist. Und sie haben auf der anderen Seite aber eben auch gemerkt, dass über die Werbung haben sie ein sehr aggressives Potenzial bekommen. Und das, also es war so in der Analyse der Schritt, wie sieht das jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren aus. Ich glaube, es ist ein relativ normaler Zeithorizont zu sagen, man entwickelt ein aktuelles Erscheinungsbild, so von der Anmutung, von der technischen Anforderung, von den Kanälen, die sie bespielen müssen. Das trägt 15 bis 20 Jahre, manchmal sogar auch länger. Bei Audi ist es nun jetzt sozusagen nach 16 Jahren der erste Schritt gewesen, wo man sagt, ja, wir stehen da immer noch dafür. Das ist, und das ist auch toll, weil unser Team fühlt die Marke. Ja, wir haben einen Mitarbeiter dabei, der war von Anfang an, war der in dem Team. Ich habe das übrigens auch, die Marke, von Anfang an mitbetreut. Meistens bin ich nur gerufen morgen, wenn es kriselte, aber diesmal durfte ich auch den nächsten Schritt mitgestalten und das ist natürlich ganz großartig. Auch da hat man dann gesehen, wir müssen den Werten treu bleiben, wir wollen den Werten treu bleiben, weil das Markenkapital, wir wären ja wahnsinnig, wenn wir das verändern würden. Wir müssen sie aber weiterentwickeln. Und dann haben wir die Marke weicher gemacht. Sie ist in ihrem gesamten Auftritt weicher geworden. Wir wollten aber diese, Audi steht ja für Progressivität und diese Progressivität darf aber nicht aggressiv werden. Und wir haben dann versucht, in der Formsprache, in der Bildauswahl, in der Art und Weise, wie Typografie eingesetzt wird, wie Dinge gestaltet werden, weicher zu werden und dann mit dem Roten, mit Rot, einen Impuls zu setzen. Natürlich so ein bisschen Aggressivität ist da drin. Also ich sage, Benzin im Blut ist einfach wichtig. Also unser Team braucht Benzin im Blut. Und das merkt man auch, wenn man da hinkommt, die Leute lieben ihr Produkt. Und das ist, finde ich, immer noch die tollste Voraussetzung.